Was wolltet ihr als Kinder werden? Ich schwör's euch. Ghostbuster? Dann kam ein traumatisches Erlebnis. Ich sehe bei meiner Mutterbriefgang Prospekt. Alles von Ghostbusters gibt's jetzt bei Esbella. Morgen holt dich Papa vom Kindergarten ab, dann gehst du dahin und dann suchst du dir was aus. Papa kommt. Wir gehen, Esbella. Ich steh da. Ich werd es nie vergessen. Ich guck mir das an, die ganzen Regale. Überall diese blauen Kartons. Die Falle. Der Protonenstrahler. Alles, was es geht. Man merkt, wie excited du jetzt immer noch bist. Hey, pass auf. Mein Vater sagt zu mir, fass nix an, ich hol nur schnell Batterien, dann gehen wir. Ich steh da, ich seh andere Kinder. Mama, ja. In den Wagen gepackt. Und mein Vater, hast du was angefasst? Gut, wir gehen. Ich komm heim. Meine Mutter, was soll ich machen? Kann ich jetzt auch nicht ändern, ne?